Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashing in Themen und diesmal geht es um das große Drama bei Jennifer Rilley und auch Matthias Höhn. Ich werde euch gleich die Insta-Story von Jennifer Rilley zeigen, wo sie ganz krass ausgeflippt ist, sich sehr emotional auch gezeigt hat. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite fand ich es auch ein bisschen übertrieben. Und ich frage euch auch, ist es richtig, ihr werdet gleich den Gag verstehen, dass das so in die Öffentlichkeit gelandet ist? Ich fand es auf jeden Fall sehr wild und wollte euch das Ganze nicht vorenthalten. Dann frage ich euch jetzt auch direkt, habt ihr das überhaupt mitbekommen? Matthias Höhn und Jennifer Rilley sind ja schon länger auch dann nicht mehr zusammen, beziehungsweise war es ja sowieso so eine On-Off-Beziehung. Chris hatte ja mit Jennifer Rilley sich sehr gut verstanden, André Mangold auch. Da gibt es übrigens ganz wilde Gerüchte zwischen André Mangold und Jennifer Rilley, dazu werde ich auch noch ein Video machen. Das habe ich für euch schon vorproduziert. Das werde ich hier vorschieben, es gibt ganz wilde Gerüchte. Matthias Höhn hat jetzt auch eine neue Freundin. Beide haben sich ja bei Berlin Tag und Nacht kennengelernt, also Jennifer Rilley und Matthias Höhn sind zusammengekommen, haben dann ein Kind auch relativ schnell bekommen. Und der kleine Milan wird jetzt quasi auch ein bisschen anscheinend zur Zielscheibe der Aktion zwischen den beiden Eltern. Und ich würde halt mal sagen, wir haben eins von Pedro Lombardi und auch Sarah Lombardi, jetzt wieder Sarah Engels gelernt. Am Ende, Hauptsache Alessio ging es gut und Hauptsache in diesem Fall geht es Milan in Zukunft gut. Und wir können uns hoffentlich darauf einigen, falls sie das hier sehen sollte, dass sie dann vielleicht sowas lieber lässt. Weil ich glaube, das wirkt auf Außenstehende ziemlich strange. Denn er zieht sich sehr zurück. Sie meint zwar, er will das unbedingt, dass sie in die Öffentlichkeit damit geht. Aber irgendwie wirkt das schon so ein bisschen komisch für mich als Außenstehender, dass sie jetzt so eine Story raushaut. Denn das kann der Sohn auch in ein paar Jahren alles nachverfolgen. Denn davon gibt es Dutzende Aufnahmen. Sie hat über 500.000 Follower. Ihr habt mir das gleich mehrfach geschickt und Nachrichten mir geschrieben. Also vielen lieben Dank auch nochmal an euch, die mich immer supporten im Hintergrund auf Instagram und Twitter. Aber es ist auf jeden Fall sehr tricky. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Ganze und frage, ist es richtig? Ich habe jetzt ein paar Fragen an euch und möchte einfach, dass ihr mir die ehrlich beantwortet. Ist es richtig, ein Kind, das gerade eben eine neue Person kennengelernt hat gestern, ist es richtig, dieses Kind mitzunehmen in eine fremde Umgebung, in eine fremde Wohnung, wo auch Eltern wohnen von dieser Person, ohne die Mutter in Kenntnis zu setzen, ohne Kindersitz zu chauffieren von München nach Rosenheim? Ist das richtig, meine Lieben? Bitte beantwortet mir diese Frage. Ich möchte einfach nur wissen, ob ich normal bin, Leute. Bitte. Ist es richtig, dass mein Sohn mit drei Jahren eine neue Frau kennenlernt und sofort in der ersten Nacht in der Mitte dieser beiden Menschen schläft, neben seinem Vater und neben einer neuen Frau? Ist das richtig? Bitte beantwortet mir, Leute, einfach nur diese Frage. Ich möchte das einfach von euch wissen. Ist es richtig, dass der Vater vor meiner Tür steht und mir die Polizei ruft? Mir die Polizei ruft, weil ich einen Drogentest verlange, nachdem er nach Alkohol stinkt und seinen Sohn abholen will, einfach so mit seiner neuen vor meiner Tür auftaucht, ohne nichts, ja? Ist das richtig, Leute? Sagt mir das bitte. Ist das normal? Ist das ein normales Verhalten? Ist das Respekt, das man vor der Mutter hat, von einem Kind? Ist das richtig? Ist es richtig, dass ich dem Vater vor zwei Wochen mitgeteilt habe, welche Probleme Milan momentan hat? Ich rede vom psychischen Problem. Ist es normal, dass der Vater so krass darauf besteht, dass das Kind die neue Freundin kennenlernt, obwohl eine Psychologin gesagt hat, bitte gebt diesem Kind Zeit. Sagt mir bitte einfach nur, ob das normal ist. Und jetzt wisst ihr, was in meinem Leben gerade abläuft. Und jetzt wisst ihr, was ich hier mitmache, ja? Und das, meine Lieben, ihr wolltet wissen, was Narzissmus ist? Das ist Narzissmus. Und jetzt, meine Lieben, soll alles kommen, was will. Shitstorm, egal was. Mir ist alles scheißegal. Aber mein Kind, mein Kind ist mir nicht scheißegal. Und das sage ich euch so, wie es ist, Leute. Und wenn mir hier jetzt jemand kommt, von wegen eifersüchtig oder sonst irgendwas, ihr habt keine Ahnung, was für ein Terror das ist, okay? Und ich bin nicht eifersüchtig. Er soll machen, was er will. Machen, was er will. Aber nicht mit meinem Kind. Ja, Leute, das war sehr emotionsgeladen. Sehr emotionsgeladen. Aber ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin verzweifelt, Leute. Und er versteht es nur über euch. Nur über euch. Er versteht es nicht anders. Es muss öffentlich gehen, weil das ist eigentlich auch das, was er will. In der Partie. So, Matze. Und jetzt richte ich meine Worte nur noch an dich. Ich hoffe, dass du es jetzt verstanden hast, was ich dir eigentlich sagen will. Dass es hier um unseren Sohn geht und um nichts anderes. Nur um unseren Sohn. Und das hast du vergessen, mein Lieber. Das hast du vergessen. Ist es richtig, seinen Partner oder Ex-Partner öffentlich bloßzustellen? Ist es richtig, den eigenen Sohn damit irgendwie auch langfristig zu schaden, indem man solche Videos dann vielleicht von sich online stellt? Und ist es richtig, sich vielleicht nicht einfach privat mit den Personen, mit denen man vielleicht gerade nicht klarkommt, auseinanderzusetzen? Klar, das wird sie gemacht haben. Und sorry, da kein Spaß musste jetzt sein. Aber ich fand es schon irgendwie sehr heftig, das Video. Dennoch kann ich sie auch verstehen. Also, bevor ihr mich jetzt erschlagt, ich versuche jetzt mal auf sie einzugehen. Denn am Ende ist es, glaube ich, auch tricky. Ich habe ja zum Beispiel nicht so ganz durchgeblickt, ob die beiden jetzt noch zusammen sind oder nicht. Ja, also ich wusste immer nicht so ganz. Da wurde immer gemunkelt. Und einige von euch haben auch gesagt, macht doch mal ein Video. Sind die jetzt getrennt oder nicht? Und ich habe immer gesagt, Mensch, wenn die das jetzt nicht öffentlich machen, sollen sie doch ihr Ding privat halten. Finde ich sowieso immer sehr ratsam. Würde ich auch jedem Z-Promi, jeder, ja auch jedem Star quasi raten, dass man das privat hält, das Privatsleben. Zum Beispiel ein Stefan Raab und Co. hält sich sehr zurück. Von dem hört man gar nichts. Ob der sich jetzt scheiden lässt oder nicht. Wen interessiert das am Ende? Muss man doch nicht zum Thema machen. Man kann doch dann trotzdem auch möglichst alles privat halten und auch das Kind und die Privatsphäre schützen, sowohl die eigene als auch die der Familie. So würde ich das zumindest, so gut es geht, versuchen. Aber sicherlich, wenn beide öffentlich arbeiten und Personen des öffentlichen Lebens sind mit mehreren hunderttausend Followern, ist das natürlich nicht ganz so einfach. Beide haben sich durch Berlin Tag und Nacht kennengelernt. Sie ist dann schwanger geworden. Es war quasi die Traumbeziehung und dann war das immer von außen so sehr komisch zu beobachten, dass das so eine On-Off-Geschichte war. Man wusste immer nicht so ganz, sind die jetzt noch zusammen? Sind sie vielleicht schon wieder auseinander? Oder was ist da überhaupt? Beide hatten ja auch einen Kanal auf YouTube, wo beide am Anfang relativ häufig zusammen zu sehen waren und dann war sie plötzlich alleine nur noch zu sehen. Also wusste man auch nicht so ganz, was jetzt da Phase ist und das wirkte auf jeden Fall auf mich schon ein bisschen strange. Was auf mich auch strange wirkte, dass bei Kampf der Reality-Stars sie ja auch dabei war bis zum Schluss und sie hat ja dann auch so eine Videobotschaft bekommen, wo auch Matze noch mit dem Kind auch zu sehen war. Und dort war ja auch die ganze Familie von ihr und sie hat sich dann auch drüber gefreut. Und zu dem Zeitpunkt, das war ja Januar, Februar, wo das dann aufgezeichnet wurde, Kampf der Reality-Stars, war das halt noch gar nicht klar, ob die jetzt getrennt waren oder nicht. Aber die haben sich beide irgendwie nicht klar, finde ich. Also ich hätte mir irgendwie erhofft, damit ihr versteht, was ich meine, dass sie vielleicht mal irgendwas in dieser Sendung sagt. Denn Chris wirkte schon so ein bisschen, als hätte er ein Auge auf sie geworfen. Wie gesagt, es gibt jetzt wilde Gerüchte, ja sowohl zu Chris, aber das ist jetzt wohl vorbei. Und es gibt auch wilde Gerüchte zu André Mangroth. Wie gesagt, das Video kommt. Und ich finde es ein bisschen komisch. Also wenn euch das ganze Thema rund um Kampf der Reality-Stars interessiert, könnt ihr auch gerne mal in die Playlist reingucken. Da sind auch die Videos zu dem Thema, auch ihre Statements zu dieser Trennung zwischen Chris und Eva Binnetatou. Und da gab es auf jeden Fall auch ganz wilde Dinge, über die ich auch damals berichtet habe, vor einigen Wochen. Von daher ist das jetzt nochmal eine andere Sache, grundsätzlich würde ich jetzt auch zum Wohl des Kindes versuchen, an ihrer Stelle in Zukunft das halt privat zu klären. Es scheint zwar auch so, dass sie das versucht. Und es wirkt jetzt natürlich auch viele so, als sei sie eifersüchtig. Der Mann, also er, Matthias, hat eine neue Freundin, ist glücklich. Und der Sohn schläft dann quasi mit denen in einem Bett. Und die sind da quasi, sie wird nicht mehr gebraucht und fühlt sich da ersetzt oder keine Ahnung. Also ich kann auch psychologisch verstehen, dass sie da vielleicht auch sagt, okay, Trennung ist gerade, wir haben jetzt mit den Kinderpsychologen gesprochen, er ist vielleicht auch traurig. Also das Kind, dass jetzt die Mama und Papa jetzt nicht immer gleichzeitig da sind und beide immer getrennt voreinander, nur auch erlebt werden. Das ist ja für ein Kind auch in dem Alter schwierig zu verstehen. Und wenn dann eine neue Partnerin sofort auch vorgestellt wird und die dann quasi die Mutter ersetzt und dann vielleicht auch ultra cool ist und das Kind dann vielleicht auch eine gute Basisbeziehung zu der neuen Dame an der Seite von Matthias hat, dann kann es natürlich für eine Genevieve Rilly als Außenstehende auch sehr emotional werden und ja auch bitter sein. Das kann man ja auch verstehen. Auch wenn sie jetzt vielleicht wirklich auch sagt, das geht jetzt nur um den Sohn und der Kinderpsychologe hat gesagt, bitte mach das nicht, dann ist das natürlich auch Grund genug, um zu sagen, okay, ich reg mich darüber auf. Ich habe doch gesagt, wir waren beim Psychologen und der Kleine braucht jetzt erst mal so eine Auszeit und wir müssen da erst mal alleine ihn behutsam erst mal aufbauen und nicht gleich neue Leute vorstellen. Ja, also ich denke, das können ja auch viele verstehen. Ich bin durchaus gespannt, was eure Meinung zu dem ganzen Thema ist. Ich muss sagen, ich bin gespannt. Ich glaube, da wird es noch einige Dramen geben. Auf jeden Fall wirkte das sehr emotional. Ich fand es spannend, darüber zu berichten. Wie gesagt, am Ende würde ich das privat klären wollen und ich fand es jetzt auch so ein bisschen übertrieben, denn auch das mit dem Drogentest, was sie da erzählt hat, fand ich schon heavy. Also seien wir mal ganz ehrlich, wenn das jetzt eine Freundin von mir erwarten würde, weil ich jetzt mal ein bisschen Alkohol getrunken habe und ich bringe das Kind jetzt zu Fuß nach Hause, ja nicht mit dem Auto und sage, ja ich habe ein Bier getrunken zu Hause, was ja noch erlaubt ist und man riecht dann vielleicht ein bisschen nach Alkohol und sie sagt, ja ich möchte jetzt einen Drogentest von dir und mache da einen hysterischen, dann würde ich auch sagen, also fahr dich mal runter. Ich habe jetzt hier ein, zwei Bier getrunken, bin nicht betrunken hierher gefahren, sondern bin gelaufen, weil man jetzt nicht hier beieinander wohnt, da jetzt nur rein hypothetisch, dann ist das irgendwie unnötig, finde ich. Könnt ihr aber auch gerne anders sehen. Das wollte ich auch nochmal kurz reinbringen. Ansonsten lasst ein Abo und ein Like da, wenn euch das Ganze hier gefällt, die tägliche Dosis Trash geht morgen weiter, wieder 12 Uhr, es wird wieder trashig und bleibt am Ball.